Ja Freunde! Wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen! Hi! 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 Hallo! Vielleicht sogar... Super! Ist es krass! Ich hab gewonnen! Ja! Gott! Drei! 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 Ja! Ja! Penge! Ja! Ja! Was ist hier los? Ja! Und jetzt? Gehen wir reiten! Große Veränderung! Großgeschaut! Ja! 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 Ach so! Ach so! Ach so! Musik Es ist soweit, jetzt können wir es endlich verraten. Unsere Reise zu zweit endet und geht ab jetzt zu dritt weiter. Ich bin schwanger, wir bekommen ein Baby. Jawohl, wir werden Eltern. Wir freuen uns mega, vor allen Dingen, dass wir auch endlich einweihen können, das Geheimnis lüften können. Ja, absolut, ihr seid ja ein großer Teil auch von unserem Leben, also Social Media und ihr. Und umso mehr freut es uns auch, dass wir diese Nachricht jetzt endlich verkünden können. Weil Paulinas Bauch... Ja, schon langsam lässt es nicht mehr so verstecken. Ein bisschen geht es noch, aber der Bauch wächst, das Baby wächst. Die Hosen gehen schon nicht mehr zu. Echt, einige Hosen gehen wirklich nicht mehr zu, das stimmt. Und ja, wir freuen uns mega. Wir sind natürlich auch unglaublich dankbar, gerade auch so nach der Diagnose, die ihr letztes Jahr erfahren habt, dass es doch alles so gut und schnell und so geklappt hat, wie wir es uns gewünscht haben. Ah ja. Wir freuen uns einfach jetzt unglaublich auf das Abenteuer, das kommt. Wahnsinn, jetzt mal ein richtiges Abenteuer. Schon einige Abenteuer haben wir schon hinter uns, aber jetzt startet mal ein richtig wildes Abenteuer. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.